Hallo Leute und willkommen zu einem Video von Abraus schießen. Ich nehme diese Folge genau nach der anderen Folge auf. Wir machen das hier nochmal mit 20 Metern und hoffen, dass wir jetzt besser abschneiden. Wir haben schon wieder 9. Ein paar mehr in die Mitte zu bekommen. Schön, das ist schon mal wieder akzeptabel. Dieses Spiel ist eigentlich ganz witzig. Wir können ja noch nicht mit 4 rein, deswegen muss ich erst die anderen noch machen. Bitte 9. Ja, gerade noch so 9. Ich möchte nämlich keine 8 oder 7 machen. In diesem Level. Nein! Oh, Glück gehabt, noch nur 9. Ich habe gedacht, das wäre eine 8. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Das ist eine 9 oder eine 10. Eine 10. Das ist akzeptabel. So, viel verlaube ich noch. Oh, das ist ein starker Wind. Oben links seht ihr das ja. Eine 9. 10. Das ist gut. Okay. So, dann machen wir noch eine 10. Bitte sag noch nur 10. 10. Da ich noch nur 10 habe, sind wir besser. Ja, 97. Wir sind auf jeden Fall besser als das letzte Mal. Letztes Mal hatten wir mich nur zu 92. Wir müssen 100 schaffen. Also, probieren wir das nochmal. Jetzt machen wir wieder scheiße. 7.0. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Höhe und... 8, nein, 9. Das ist nochmal besser. Ich möchte mich endlich Level 4 schaffen. Und, 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 9. Ja, ich wollte gerade sagen 10, aber nein, es ist eine 9. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das finde ich auch scheiß Wind. Ah, 8. Ja, ist eigentlich ganz gut. Also, ich würde 9 und 10 besser finden, aber okay. Ich wollte gerade sagen 10. Okay. Und 9. Ich hoffe, wir machen mehr Punkte als gerade vorhin. Ich weiß gar nicht, wie viel es gerade vorhin war. Oh, aber auch schon einiges. Ich habe gerade vorhin noch nicht allzu viel. Jetzt haben wir ein bisschen 62. Und dann passen und bumm. 9. 71. Noch ein neues. 10. Das ist eine gute Runde. 9. 10. 91. Das ist so was. Also, 273 Credits. Kann man sich irgendwo kaufen. Irgendwo ging das doch. Hier. Da. Okay. Nein. Egal. So. Das ist schon weiter weg. 100 Meter. Damit ich jetzt so zähle. Alter. Das wird hart. Oh. 7. Scheiße. 9. Das ist mal so scheiße einzuschätzen. Deswegen. Ja. Deswegen ist man ja so schlecht bei den ganzen Sachen. Oh nein. Ich werde weiter nach links gehen. Ich werde weiter nach oben gegangen. Ich werde weiter nach links gehen müssen. 10. Kein Wind. 10. Läuft auf jeden Fall bei mir. Einen Wind haben wir jetzt. Und so. Ein Wind, wie es sich anhört. Einen Meter Wind die Sekunde, ein MS auf jeden Fall. 6 mS. Scheiße, Mann. Oh. Fünf Minuten. Schon wieder nach dieser Folge. Musta schon wieder los machen nach diesem Schuss hier. Und nach dieser Runde. Richtig schnell vorbei, diese fünf Minuten. Oh, ey. Acht. Neun, bitte. Sag neun. Neun, gut. Achtzig. Mann, irgendwo wusste, kann man sich, du konntest jemand daraus kaufen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo. Wo gibt's? Es ist ja mehr Spiele. Jo, ich würde diese Folge dann wieder beenden. Und ja, ich freue mich über jede Bewertung. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Einfach verkehnen, dann ist es ja toll. Und ich würde mich verabschieden, das war's. Und ciao, bis zum nächsten Video. Ciao.